Weiter geht's mit Workers and Resources, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen uns heute um die Statistiken der Republik kümmern. Aber wir müssen vorher noch zwei Dinge erledigen. Wir haben nämlich noch einmal... Jetzt geht die Sonne auf, jetzt machen wir mal ganz langsamer. Wir haben vorher ein Thema. Nämlich bei diesem Bau fehlen genau drei Tonnen Stahl. Und er ist leer. So, da wir nur noch 300.000 haben, möchte ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, also so viel Geld für neuen Stahl ausgeben. Ich werde einfach ihm hier sagen, dass er sich den Stahl einmal kurz da holen darf. An der Grenze. Dann ist gut. Mehr machen wir in dem Fall einfach nicht. So, okay. Nächstes Thema. Wir wollen einmal dieses VZ hier ein bisschen optimieren. Wir haben ja dort ein paar Kipper stehen. Ja, und da arbeiten jetzt vier Kipper quasi gar nicht. Und das ist ja an sich schon mal eine gute Sache, weil wir dann den hier benutzen können, um hier mehr Uranerz reinzubringen. Ihr seht, wir haben noch 150 Tonnen, aber das wird natürlich mit der Zeit auch leer werden. Vor allen Dingen, weil hier oben jetzt nicht allzu viel produziert wird. Ich denke mir, okay, klar, da fällt jetzt gerade ein Bus mit vier Arbeitern hin. Aber ihr seht, wir haben allgemein nur 1% Arbeitslosigkeit. Wir brauchen also durchaus mehr Leute. Wir haben aber nicht mehr, Moment, Möglichkeiten, was zu kaufen. Also alles Eile mit Weile, das wird entsprechend schwierig werden. Und deswegen möchte ich gerne ihn nutzen, um von dort nach dort eine Route zu machen. Jetzt müssen wir tatsächlich mal pausieren, denn wir wollen gerne hier beladen Uran. Nicht, dass wir das hier automatisch aus Versehen verkaufen. Und dann wollen wir hier entladen Uranerz. Und wir können das leider nicht verfolgen. Das heißt, wir können nicht sehen, wann das Ding voll ist. Aber wir können hier ruhig entsprechend hin und her fahren. Das ist überhaupt kein Problem. So, wichtig ist mir, dass wir jetzt in diesem neuen Prioritäten-Feature hier die Reihenfolge entsprechend drin haben. Erst Kohle, dann Schüttgutlager 2. Das werden wir auch mal entsprechend umbenennen, dass wir das auch wissen. Das ist das Kohlelager für Uransk aus dem Heizwerk, dass wir auch wissen, was das ist. Und dann wird zuerst von Kohleladen zum Heizwerk gebracht und danach erst vom mittleren Zollhaus zum, also dahin. Und das werden wir auch nochmal fix umbenennen, dass wir auch das haben. So, das ist einmal Uransk-Uranerz abladen. So, haben wir das auch. Und dann sollte das hoffentlich jetzt passen. Und wir sollten dann hier auch ein bisschen mehr Uranerz drin haben. Und wir müssen das jetzt mal ein bisschen, ein bisschen, ja, im Auge behalten. Dann wird hier vorne weitergebaut. An ihm wird jetzt gebaut. Das ist mir halt wichtig, dass das Teil jetzt fertig wird. Und ansonsten haben wir jetzt nichts Großes im Bau. Hier ist ja auch quasi alles schon vorhanden. Und wir müssen jetzt noch eine allerletzte Sache machen. Und dann kümmern wir uns um die Statistiken. Da haben wir ja mittlerweile, dadurch, dass wir drei Städte haben, ein bisschen mehr zu tun. Ich möchte einmal dieses Gebäude hier hinflanschen. Das ist ja jetzt mehr oder weniger weg alles hier. Und ich würde gerne das Gleiche hier nehmen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier sauber reinsetzen können. Woran? Mal hapert's. Ah doch, es geht. Ja. Genau so. Ja, perfekt. Genau. Zack. Einmal. Bitte. Genau so. So, der hat 19 Tonnen Stahl. Das müssen wir dann mal gucken, wo das herkommt. Bürger bekommen machen wir bitte nicht. Bürgern einzugestatten auch nicht. Und ich denke, mit dem Haus sollten wir dann fertig sein. Wir könnten die beiden auch noch abreißen und vielleicht dieses Haus hier komplett weglassen und nur dieses ersetzen und dann das sogar schön offen gestalten, dass das mittlere Haus hier so einen offenen Blick in die Büsche hat. Das können wir dann mal sehen, aber wir brauchen ja auch hier noch ein paar Leute mehr, alleine um den staatlichen Rundfunk Nerdopol Ost hier entsprechend zu benutzen. Und danke übrigens auch dafür an die Kommentatoren des, der, die das Radiosender. Das werden wir in der nächsten Folge machen, denn ich will mich jetzt hier wirklich in dem Fall jetzt erstmal auf die Statistiken in dieser Folge konzentrieren. So, also, jetzt gucken wir uns das mal an und wir sehen halt hier genau diesen Effekt. Wir haben jetzt hier 72 Prozent und hier sind es halt echt nur so 50 oder so. Das wollen wir halt nicht. Hier sind wir bei 57. Das heißt, die sind schon an der maximalen Grenze angelangt, aber die müssen raus. Die müssen raus, gegen neue ersetzt werden, dass unsere Leute hier einfach mal zufriedener sind und wir sehen auch hier können wir 87 Prozent erreichen mit den Häusern. Das ist also okay und das ist halt so auch das Ziel, was wir erreichen wollen. So, wie sieht es hier drüben aus? Ach, guck mal, 83 Prozent. Das sieht doch gut aus. So, haben die alle was zu essen? 99 Prozent. Die sind sogar bei 100. Wunderbar. Passt. So, Gesundheit, sind wir hier bei über 80 Prozent zum Teil. Wow. 90 Prozent? Okay. Ja gut, die haben das Ding auch direkt vor der Tür, ne? Wenn die hinfallen, dann fallen die quasi ins Krankenhaus rein. Das ist ja cool. Okay, hier oben ist es bekannt. Ich bin übrigens ernsthaft am Überlegen, ob wir auch hier nochmal umbauen. Und diese Reihe von Häusern hier oben, das sind ja 300 Leute. Und, ach, guck mal, da oben haben wir sogar, uh, da haben wir sogar ein bisschen Platz frei. Das ist ja spannend. Also, ob wir quasi auch diese Häuser hier abreißen und die ersetzen durch neue Häuser. Und die vielleicht, tja, das ist halt genau der Punkt, dass wir die beiden Häuser hier nehmen und dann die restlichen einfach wegbringen. Denn so viele Leute brauchen wir in Nerdopul eigentlich nicht. Aber das gucken wir uns jetzt erstmal alles an. So, also Gesundheit auch check. Ja, Regierungsloyalität sind sie bei mittlerweile 40 Prozent. Das wird jetzt besser werden durch das Radio. Wir haben knapp 6000 Zuhörer. Wir werden jetzt mal die Regierungsloyalität hier auch auf 40 Prozent hochschrauben, damit hier einfach ein paar mehr Leute kommen. Das wird jetzt natürlich erstmal weniger werden. Aber unterm Schnitt wird es über die Zeit natürlich steigen. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das einmal vernünftig hier machen. Ihr seht, das sieht echt gut aus. So, also da pumpen wir massiv in die Propaganda. Das erzeugt auch ein bisschen, wir können vielleicht noch minimal, zumindest so, dass der Kulturgenuss nicht sinkt. Dann sind wir bei 0,2 Prozent erwarteter Einfluss. Das bringt nicht viel, aber das sind alles Tropfen auf den heißen Stein. So, jetzt gucken wir mal hier und das ist ja halt der Punkt, wenn ihr genug Tropfen auf einem heißen Stein habt, dann ist der Stein auch nicht mehr heiß. Ihr müsst halt nur genug Tropfen nehmen. Also das ist halt eines der besten Zitate, was eigentlich zeigt, ein Tropfen auf einem heißen Stein ist vielleicht nicht entscheidend. Aber haben wir eine ganze Menge Tropfen auf einem heißen Stein, das nennt sich dann Regen, dann haben wir es trotzdem geschafft. Auch wenn es einzeln betrachtet trotzdem weiterhin ein Tropfen bleibt. Und genau das ist das Prinzip hier bei Workers and Resources, wie ich finde, was das sehr gut beschreibt. Ein Tropfen ist egal, aber haben wir eine ganze Reihe an Tropfen, haben wir trotzdem Regen. Und das ist genau, hier seht ihr es, 50 Prozent. Und das müssen wir hier hinten auch nochmal nachziehen, das haben wir hier tatsächlich sträflich vernachlässigt. Aber das kommt alles eilem mitweilen. Also, Schnaps, ich hoffe, die trinken genug. 26 Prozent, ja klar, in dem Misthaus, entschuldige bitte die Ausdrucksweise, wird gesoffen ohne, was, 40 Prozent? Und, alter Falter, Saufen für die Arbeit. Es ist übrigens so, dass mehr Alkohol, das ist vielleicht mal ganz interessant, diese Zusammenhänge bei der Bevölkerung. Mehr Alkohol sorgt dafür, dass du eine höhere Produktivität hast. Warum das auch immer dort im Osten so ist, aber Fakt ist, es ist so. Zumindest in dem Spiel. Das bedeutet aber auch, dass deine Gesundheit sinkt. Die kannst du über Sport nachholen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal eine Mod bekommen sollten, liebe Modder, wo man Bier säuft auf dem Fußballplatz, wo man Schnaps und Sport verbindet, dann hätten wir die perfekte Mod. Das wär's, ja. Also quasi eine Sportlerkneipe mit integriertem Fußballfeld. Geile Sache. Ähm, hab ich ehrlicherweise noch nie nachgeguckt, ob's das gibt. Anyway. So, hier vorne saufen sind nicht so viel. Spannend. Das ist ja interessant, oder? Ihr Lieben, schreibt das gerne mal in die Kommentare, warum hier vorne so viel gesoffen wird und hier hinten nicht. Das ist ja interessant. Wat? 35 Prozent? Alter Falter. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen. Okay. Ich muss Atome stapeln. Und oh, er ist, nee. Quatsch. Ich war beim Falschen, er ist noch nicht fertig. Mein Fehler. Ja, ähm, krass. Okay, jetzt kommt er mit seinen 20 Arbeitern wieder zurück. Weil wir hier, können wir vielleicht mal ein paar Arbeiter reinschmeißen. Ja, das Ding ist halt noch nicht fertig, ne? Aber okay. Gut. Ja, auch das passt soweit. Sehr schön. So, Alkohol, Kultur genossen wir bei 93 Prozent. 95. Da hinten sind wir bei 76. Das könnten wir hier tatsächlich mal prüfen. Wir haben doch... Die Kinos laufen aber, ne? Das muss mir jetzt mal einer erklären. 92 Prozent, 87 Prozent. Ich bin... Das ist ja spannend. Okay. Ähm, ja. Wir bleiben mal hierbei. Sport haben sie genug. Jetzt bin ich mal hier drüben interessant. Jetzt bin ich mal hier gespannt. 54 Pro... Was? Wieso haben wir denn so wenig Sport hier hinten? Ah, das Ding ist voll. Oh, wir müssen hier mal ein bisschen aufrüsten. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Ja, das ist gut, dass wir das sehen. Und da ist gar nichts, ne? Da müssen wir wahrscheinlich auch mal um ein paar erhöhen. Hm. Wir müssen... Wir müssen eigentlich mal diese Route hier ein bisschen reduzieren. Wir gehen mal auf die Liniendetails. Und... Lassen hier mal nur maximal... Na, wir machen es mal auf 20 Prozent runter. Ich glaube, wir brauchen hier momentan nicht so viel. 20. Gehen wir hier auf 30 Prozent. Fast. So. Genau. Ich würde sagen, das sollte so dann passen. Dann kriegen wir hier vielleicht ein paar mehr Leute rein. Aber das ist gut, dass wir das jetzt uns angeguckt haben. Dann haben wir schon direkt den nächsten Fehler gefunden. So. Also. Sportmöglichkeiten haben wir. Wir hatten hier genug Mitarbeiter, dass die Leute wirklich schwimmen gehen können. Haben wir jetzt also. So. Qualität der Kleidung sieht gut aus. Das kommt ja auch von uns selbst. So. Kriminalität. Da bin ich jetzt gespannt. Wir haben hier 4 Prozent. Das wird hoffentlich in den... Das wird hoffentlich mit der Zeit auch besser werden. Ähm. Konnten kein Essen bekommen. Gut. Die sind dann wahrscheinlich kriminell geworden. Wie sieht es denn hier aus? Aber wir haben auch jetzt keine hier großartig in der Liste drin, ne? Da auch nicht. Da auch nicht. Wir könnten hier wahrscheinlich sogar mal auf 20 Polizeibeamte jetzt runter gehen. Wir versuchen das mal. Und hier gehen wir auch mal auf... 20 runter. Wir haben ja weniger Kriminalität jetzt. Dass wir uns das ein bisschen verteilen. Wie sieht es hier aus? Ja. Hier können wir leider nicht mehr machen. Aber hier ist die Kriminalität auch entsprechend gering. Das Problem ist hier natürlich, dass die hier einfach völlig überfüllt sind. Ähm. 109 entflohen in diesem Jahr. Also es werden weniger. Das ist schon mal gut. Und wir gucken hier mal rein. 54. Also wir haben die Anzahl der entflohenen Häftlinge deutlich senken können. Das ist eine gute Sache. Ja. Radio sind auch gut... Radios sind auch gut ausgestattet. Lebenserwartungen. Also in dem Haus darf man nicht wohnen. Das muss man mal ganz klar sagen. Das beste Haus ist hier unten mit 81. 83 hier. Ohne Arbeit, ohne alles. Einfach weit weg. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal hier. Ah. Da gibt es auch mal 82. Die werden nur 0 Jahre alt. Das ist schade. Und ja. Ich weiß, dass die Gebäude geschlossen sind. Okay. Gut. So. Dann die nächsten wichtigen Sachen. Auch hier sind immer so Sachen... War das hier oder... Ne. Das war hier. Was wir uns angucken müssen. Nämlich Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten, weil es keine Schulplätze gibt. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Statistik. Und wenn hier was auftaucht, dann ist es ein Problem. Wir haben aber keine Arbeiter, die sich ums Baby kümmern müssen. Wie gesagt, so ein, zwei Leute ist jetzt nicht ein Problem. So zwei Leute hier mal oder so. Also auch das. Was bedeutet die Statistik? Ihr habt nicht genug Schulen. Die Statistik bedeutet, ihr habt nicht genug Kindergärten. Touristen? Haben wir keine. Hätte mich jetzt auch gewundert. Arbeiter, die arbeitslos waren. Gibt es hier irgendwo Hotspots? Nö. Nö. Auch hier könnt ihr gut Hotspots rausfiltern und sehen, wo eventuell so Probleme sind. Hier so ein paar Leute sind okay. Man sagt bei Workers and Resources so zwischen 4 bis 8 Prozent bis maximal 10 Prozent. Das ist eine Arbeitslosenzahl. Die ist völlig okay. Da solltet ihr also immer ein bisschen höher sein. Und er sagt euch auch irgendwann Bescheid, wenn es zu viele Arbeitslose sind. Und bis zu diesem Punkt könnt ihr aber ohne Probleme mit euren Arbeitslosenzahlen gehen. Das ist überhaupt kein Thema. So, dann gucken wir mal. Kinder. Da würde mich jetzt wundern, wenn wir jemanden haben. Weil wir genug Wohnhäuser haben. Was ist die? Was bedeutet die Statistik? Einfach nur, dass ihr nicht genügend Häuser habt. Also nicht genügend Schulen, nicht genügend Kindergärten, nicht genügend Arbeitsplätze. Das ist die Statistik für nicht genügend Häuser. Kinder ist glaube ich klar. Kinder brauchen wir uns nicht angucken. Die haben wir. Also die Statistiken sehen schon mal ganz gut aus. So, dann ist natürlich auch viele andere Sachen wichtig. Wie haben wir über eine Spannung anliegen? Gibt es irgendwo Spannungsprobleme? Im Moment nein. So, gibt es irgendwo Heizungsprobleme? Das sollte nicht mehr sein. Wir haben ja hier hinten jetzt mittlerweile durch dieses System auch, Gott sei Dank, ein bisschen ausgebaut hier. Das sollte passen. Auch wichtig, Wasserdruck. Sollte idealerweise, ja, drei Bars. Okay. Hier vorne, das sind wieder diese, das hatte ich euch schon mal erzählt. Das sind die speziellen Wasserhähne, die wurden aus der Servet-Union geliefert. Das sind Überdruckwasserhähne. Die werden hier gleich zum Uran schneiden und zum Händewaschen benutzt. Das sind so Spezialwasserhähne mit so einem langen Druckschlauch dran. Da arbeiten wir sehr effizient, damit wir einfach, damit wir einfach das Material maximal effizient ausnutzen können, wird das zum Händewaschen und zum Stahlschneiden gleichzeitigerweise benutzt. Ja, also deswegen haben wir hier fünf Baddruck anliegen. Also nicht, dass ihr denkt, das ist ein Fehler oder sowas. Das ist natürlich so gewollt, ne, für diese beschriebenen Wasserhähne. So, Wasserdurchfluss sieht auch gut aus. Und da kann ich immer nur empfehlen, geht mal nach unten in F3 und dann seht ihr hier auch die Rohre. Hier irgendein Rohr, gerade hinten sehr interessant. Wir sind nur orange. Wir haben das massiv ausgebaut in dieser ultrakomplexen Konstruktion. Wir gehen da mal ganz schnell weg. So. Tja, Kaka. Äh, also das Abwasser. Alles grün. Auch hier immer sehr wichtig. Gibt's irgendwas Rotes. Wir schütten alles hier auch einfach in den See rein. Passiert. Jetzt ist es sogar... Oh. 35? Ne, ist ja Quatsch. Moment, 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 stop, stop, stop. Wenn wir da schon in orange oder in Richtung rot gehen, das müssen wir uns mal angucken. 170? Okay, komm, geh mir weg. Das ist doch Masse genug hier. Also überhaupt kein Problem. So, Konstruktion ist in dem Fall uninteressant. Freie Wohnung haben wir genug, das kennen wir. Müll ist auch wichtig. Da haben wir so ein ganz bisschen... Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das alles gut gewuppt. Okay. Gut. Also, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Zahlen und Daten passen schon mal. Jetzt schauen wir mal hier rein. Da sind wir jetzt bei 3000 Tagen. Das heißt, die müssen einfach nur noch arbeiten. Sehr schön. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick in alle drei... In alle drei Rathäuser. Uranska hat fünf Arbeitslose. Ei, 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 ei. Aber das sieht gut aus. Ähm, 93 Prozent. Geburten 1000, Todesfälle 100. Fünf Arbeitslose. Da müssen wir sogar noch ein paar Leute mehr reinbringen. Da vorne ist jetzt auch besser geworden. Okay. So. Rathaus Nerdopol Ost hat 40 Leute nur. Wahnsinn, ne? Wie viele Leute wir beschäftigen. 7000 geboren, 3000 Tote. Wir erinnern uns, Heizungsprobleme. Da sind ein paar Leute leider erfroren. 17.000 Geburten, 13.000 Todesfälle. Auch hier, die werden natürlich diese 13.000 oder die 17.000, das sind natürlich auch Leute, die alle schon nachgeboren wurden und vor allen Dingen auch ausgebildet wurden. Das sind die, die nachfolge Generation der Generation der Generation der Generation. Okay. Also das sieht alles in allem doch ganz gut aus. Gucken wir uns mal die finanzielle Situation an. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das jetzt dieses Jahr zum Beispiel aussieht. Ja, wir haben tatsächlich sehr viel ausgegeben. Wir gucken mal in den Export. Da ist Kleidung mittlerweile am meisten. Warum? Die Bitumproduktion hat nicht zugenommen, aber wir brauchen unheimlich viel momentan für unsere Bauten. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, weil wir es natürlich, wir verkaufen zwar weniger, aber wir importieren halt trotzdem nichts, ne? Weil wir, also Bitum halt. Treibstoff ist echt ein bisschen wenig geworden, aber das wird gut durch Uranoxid ausgeglichen. Das ist schön. Mit dem UF6 haben wir auch schon 128.000 Stück. Da könnte man fast überlegen, ob man sich hier noch einen weiteren reinzieht. Ähm. Er ist bei einem guten Produktionssatz. Wie sieht's hier aus? Äh, ja, leer. Die fahren aber konstant hin und her, oder? Ähm, äh, 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 da. Nicht. Ähm. Ja, wahrscheinlich müssten wir sogar eine kleine Route bauen, ne? Ich kann das auch höher drehen, aber das ist in dem Fall, glaube ich, egal. Ne, ist nicht egal. Okay. Aber da steht doch ganz klar, ähm, er kann das nicht, also er versucht es trotzdem in der Kalkulation. Ist ja spannend. Aber kriegt's nicht hin. Ja. Dann soll das so sein. Mein Gott. Das ist mir ja völlig, völlig Wumpe, muss ich ja jetzt mal sagen. So, also das sieht gut aus, UF6 und Uranoxid, hat uns hier, muss man mal sagen, das sind die 400.000, die wir jetzt noch auf dem Konto haben, ne? Das hat uns echt wirklich den, den Allerwertesten gerettet. Biomüll, Bauschutt. Wir haben minus, watt? 500.000 Sondermüll? Wow. Was zum Henker? Wow. Leute, da bin ich ja, ei, 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 ei. Also jetzt bin ich ja geschockt. Okay. Das ist ja der Hammer. Das würde sich ja sogar lohnen. Jetzt müssen wir mal in die Müllverwertung gehen. Wir müssen da so und so unbedingt mit anfangen. Ich will eigentlich auch Uransk weiter ausbauen, dass wir hier hinten, das soll, das zieht ja momentan immer Richtung Westen, dass wir hier hinten noch eine Müllverwertung, Müllverbrennungsanlage installieren und die Häuser benutzen, dass die dorthin fahren können dann mit einer Busverbindung von hier aus. Das ist zumindestens mein Plan. Jetzt bin ich ja tatsächlich ein bisschen geschockt, ey. 500.000. Okay, wir gehen erstmal weiter in die Statistiken von diesem Jahr. Import, Stahl, klar, Elektronik, Chemikalien, Pflanzen, auch klar, Fleisch, auch klar, Mechanik, auch klar, Strom, auch klar, Elektronik. Ja, das ist alles das, was wir noch nicht selbst produzieren. 3.000, das ist das, was ich meinte, ne? Klar, wir könnten Bretter produzieren, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt für 3.000 Rubel Bretter importiert. Sollen wir hier ernsthaft eine komplette Produktion aufsetzen für 3.000 Rubel? Für alles, was wir dieses Jahr gebaut haben? Wir haben über alles jetzt 140.000 für Bretter bezahlt. 140.000 in, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind das jetzt? In 60, 70, 80, in 23 Jahren. Also ich tue mich echt schwer, hierfür jetzt eine Produktion aufzuziehen. Kohle ist halt genauso doof, muss man sagen, aber Kohle ist halt der Ausgangspunkt für viele andere Produkte und die Sachen auch, ja gut, das ist, müssen wir wahrscheinlich echt mal machen. So, dieses Jahr sieht ja ganz gut aus, okay, ja, das ist so, die Pflanzenproduktion läuft ja auch und durch die Pflanzenproduktion kriegen wir dann natürlich auch das Essen zustande. Ja, das ist, ja, das wird gerade saniert, da wird, das ist halt so, da fühlt man sich doof. Okay, so, was haben wir hier? Alkohol ist voll, Essen ist noch nicht voll. Auch da wieder die Frage, liegt es an der Route oder liegt es, nein, es liegt an der Produktion. Da kommen Pflanzen raus, also Pflanzen sind da. Der Zug entlädt gerade, System funktioniert hier auch. Er hat auch, ah, wir könnten wahrscheinlich wirklich hier die Produktion von Essen echt mal hochfahren jetzt, ne? Wir machen mal auf 110. Und dann sollten wir mal überlegen, dass wir auch zwei Drittel hier mal reinschicken, dass wir mal, ja, zwei Drittel, ein Drittel, dass wir das jetzt mal ein bisschen umverteilen hier drinnen, dass wir ein bisschen mehr Essen produzieren. Das sollte dann hoffentlich passen. Okay, gut, also Pflanzenimport läuft, ihr habt es gesehen, da fährt der Zug jetzt hin und her. So, wir haben momentan, tja, 105.000, wir verdienen nicht allzu viel, aber es ist so. So, dann gucken wir uns jetzt zum Schluss der Folge nochmal das Thema Müll an. Und wir haben tatsächlich die Müllverbrennung, wir haben kein Kraftwerk an sich, aber wir haben eine kleine Müllverbrennung und die könnte Sondermüll verbrennen. So, das fände ich eigentlich keine so schlechte Sache. Alternativ, alternativ, können wir uns auch ein Sammelsoriumssystem überlegen, dass wir sagen, wir nehmen eine Müllbehandlungsanlage und dazu müssten wir Chemikalien nutzen und würden das dann hier behandeln. Jetzt müssen wir einmal gucken, was wir uns damit für Geld sparen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Also 100 Tonnen mit 6 Tonnen Chemikalien zu 50 Tonnen Müll, wenn ich das richtig sehe. Jetzt gucken wir mal in die Statistiken. Das heißt, das wären ungefähr 100.000 Rubel. Das ist vernachlässigbar. Das wären also 95.000 Rubel oder so, die wir Gewinn machen würden. Und dafür brauchen wir 6 Tonnen Chemikalien. 6 Tonnen Chemikalien kosten uns, gehen wir mal einfach von 10 Tonnen aus, das können wir jetzt besser rechnen, kosten uns 28.000. Hätten wir also immer noch gute 50.000, 60.000 Gewinn gemacht für das Gebäude. Ich denke, das werden wir als nächstes planen, dass wir in Uransk diese Müllbehandlungsanlage planen. Das finde ich relativ gut, muss ich sagen. Die brauchen auch nur 30 Leute. Ich denke, das können wir beim aktuellen Planungsstand von Uransk ganz gut abbilden, wenn wir hinten noch weitere Häuser bauen. Dass wir diese 30 Leute hier noch mit aufbringen und einfach den Sondermüll jetzt kontrolliert in Uransk abladen und den zu gemischten Müll machen und den gemischten Müll einfach stumpf da hinten hinbringen. Wir könnten natürlich an den gemischten Müll, jetzt müssen wir mal gucken, pass auf, wir haben eine Müllkippe, Export 50 Tonnen. Maximale pro Arbeitstag 3 Tonnen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir uns vielleicht den hier nehmen, dass wir uns wirklich eine Kette aufbauen. Das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dass wir uns eine Kette aufbauen mit einer Müllbehandlungsanlage, die wir hier hinstellen. Eine Müllverbrennungsanlage. Das sollte eigentlich dann alles da hinten hingehen. Das zieht eigentlich immer Richtung Westen, der Wind. Das würde dann also in die Richtung ziehen. Dann hätten wir auch gesundheitsmäßig kein Problem. Ich würde das Sicherheitshaber trotzdem weit genug wegstellen. Dann kommt da der Sondermüll rein. Der Sondermüll wird zu gemischten Müll gemacht und der wird einfach ganz stumpf verbrannt. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Da geht's dann weiter und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht sogar die ersten Planungsschritte des Mülls hier schon schaffen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienhaut.